Hä? Was wollen die? Ah, die wollen, dass ich hier rausgehe. Oh mein Gott. Okay, ich verstehe jetzt. Madame, lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogwarts platzen. Bring den Ballon zurück zum Platz. Nee, das machen wir später, ich bleibe schon bei den Hauptquests dran. Ich bleibe erst mal bei den Hauptquests, ja. Kann ich hier irgendwo... Okay, tamam. Okay, wohin? Wir könnten uns doch hier erst mal hin teleportieren und von da fliegen eigentlich, oder? Besser, meiner Meinung nach. Wir reisen hierher. Rania nie, gar nichts. Alles gut. Hat sich schon geregelt. Okay, ich würde sagen, ey, ey. Ich nehme aber auch diesen Speicherpunkt mit, Chat. Ich habe irgendwie Bock drauf. Weil das ist echt nützlich, diese Speicherpunkte. Hast recht, wenn ich jetzt eh schon in der Nähe bin. Boah, Junge, diese Hintergrundmusik. Wie episch. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Okay, jetzt als nächstes den anderen Speicherpunkt. Jetzt gehen wir hier so wie folgt weiter... Nee, nee, ich fliege lieber hierhin so. Weil hier nochmal abbiegen, gar kein Bock, Chat. Das ist ein zu krasser Umweg. Ey, Itachi. Willkommen im Stream. Aleykumsalam, mein Bratan. Junge, der Hintergrundbeer ist gerade episch. Nee, nee, Glückspilz. Es hat eine feste Story. Hat auch einen roten Faden, einer auf den. Es ist aber vieles ziemlich mysteriös, muss ich zugeben. Stell vor, du schiebst Depris und kannst einfach auf dein Besen mit dieser Musik runterfliegen. Junge, das ist ja schon krass, Jada. Das war wirklich heftig. Auf Ehre. Ist das der neue AMG Feuerblitz 63? Der allerechte. Okay, jetzt hier sinken. Bam! Sturzflug! Boah, Chat, wie episch war das? Hm... Hier, diese Monster töten will ich. Ich sag dir mal was. Wir könnten... Konfingo! Akhir! Raute, Jungs! Fieser kleiner Umhangweg. Akhir! Entfände ich! Hier, die Opfers. Konfingo! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, ich hab auszusehen mein Skillset getauscht. Ich hab keine Heilung mehr! Konfingo! Ich dachte, man kriegt automatisch irgendwo immer Heiltränke, Chat. Hä? Junge, ich kill die jetzt. Ich lass das nicht einfach auf mir sitzen, Chat. Ich sag euch, wie es ist. Das triggert mich jetzt, Opfers. Entfände ich, wie du bist. Akhir! Könnt trinken! Mediose! Gymnastik rettet mich! Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. Er ist noch Opfer. Ich belle, ich muss hier im Wasser aus. Akhir! Entfände ich! Könnt trinken! Perfekt, der Schlepper! Mediose! Ja. Ey, dieser Wolf ist so stark, Chat! Akhir! Hey, dieser Wolf ist so stark, Mann! Akhir! Mediose! Hol mich! Entend! Akhir! Mediose! Komm, trink! Redo! Boom! Jim! Jim! Oh mein Gott, er rebt noch? Akhir! Komm, trink! Mediose! Incentrum! Komm, trink! Junge, wieso lebt der noch? Und ich hatte noch nicht mal meinen Tee! Akhir! Komm, trinko! Komm, trinko! Incentrum! Ah, die Einheit! Bitte, Prinko! Wieso lebt? Wieso, wieso sind hier noch Gegner? Komm, trinko! Akhir! Bitte, Prinko! Das war Schmerzhafen! Oh, ich habe Heiltränke! Ich hatte noch einen Heiltrank! Incentrum! Komm, trinko! Komm, trinko! Ich werde hier rumgeschleudert wie Müll! Ich werde hier rumgeschleudert wie Müll! Oh! Kuku! Aleikum Salam! Khair Inshallah, mein Bruderherz! Alles Gute! Dankeschön! Aber für die lieben Worte und den Support! Irre! Boah, Pachuli! Wie knapp war das? Aber sag ehrlich, Pro Player! Prevelio! Prevelio! Ey, ich habe bessere Rüstungen! Ich ziehe die gleich an, Chat! Incendio! Atio! Vettio! Oh, sweet! Du bist wirklich gut, Abo! Dankeschön! Boah, das war verschwitzt, aber... Okay, hier habe ich nichts Besseres! Ich glaube aber, ich habe bessere Rüstungen irgendwo noch! Und hier, guck! Von 33 auf 44, ein Big Upgrade! Aber hässlich! Ey, jetzt! Ihr werdet schon össet, aber besser aus als deine Maske jetzt! Ja, okay! Okay, muss ich noch aufmachen! Enes, Aleikum Salam! Okay, der Umhang! A kaka! Oh, auch gut, auch gut! Blaue Halsbekleidung! Nice! Okay, wir ändern hier erstmal das Aussehen! Hier hatten wir auch was anderes! Ah, hier ist eh das Gleiche! Hier hatten wir... Uh! Ne, der Umhang hat schon zu krasse Superman-Vipes, Chat! Der Umhang hat kranke Superman-Vipes! Krasse Brille, der allerechte! Der allerechteste, Bruder! Guck, gib doch diese Maske Elabat! Elabat! Ich weiß eh, Dai! Dankeschön, mein Brie! Ich weiß auch, dass man Aussehen ändern kann und so! Zum Glück! Reviv! Ha! Ja! 50 Coins, Bruder! Was war das für Mager-Soldaten? Flop-Soldaten waren das Einfach-Chat! Okay, weiter geht's! Hier waren noch Gegner! Ich wollte die fetzen! Hallo! Wie schön, wie du! Oder Scheiß drauf, I guess! Was ist das? Zweifellos schon lange verlassen! Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe! Eine Prüfung Merlins! Abo wird zum Objektor in Harry Potter mit der Maske! Auf Ehre! Was jetzt? Kontrinko! Hä? Okay! Rebellion! Akir! Livioso! Akir! Hä? Rebellion! Livioso! Was hat's jetzt auf sich damit? Kann mir hier irgendwer behilflich sein? Auf korrekt so? Hä? Vielleicht hier die Steine? Akir! Konflingo! Lappenjäger, willkommen! Hä? Rebellion! Ähm... Ähm... Du musst auf die... Ach so! Hä? Als ob! Und jetzt? Wie schaffe ich das? Ich muss hier die Kiste zu mir ziehen, gell? Oder nicht? Hä? Was? Aber wie soll ich denn da drauf springen? Ich mach erst mal die Steine weg, die nerven mich. Oder bei der einen Kiste starten. Ah! Omega Brain! Sorry! True! Oh! Nein! Sagt bitte nichts! Ja, okay, Bruder, aber wieso springt ihr auch nach Usbekistan? Das war gar nicht so knifflig, man! Das war gar nicht so knifflig, man! Wer hier wohl gelebt hat? Wow! Ha! Du kriegst mich nicht! Hey, hey! Chat, ich hab keine Heiltränke! Ich hab gar nichts! Hey, soll ich den holen? Was sagt ihr? Chat! Soll ich den holen? Komm, wir killen den! Ein Trollkampf! Ich hab Bock! Scheiß drauf! Guck, was ich jetzt mit ihm mache! Der Bri wird zerfetzt! Komm! Oha, wie viel hab' die! Ach hier! Komm, Prinko! Entzelt! Wow! Ich muss ausweichen! Ich muss ausweichen! Das war gut! Hier! Hä? Ich kann ihm nur so wenig Schaden machen? Komm, Prinko! Prinko! Stuhl! Stuhl schon! Stuhl schon! Stuhl schon! Stuhl schon! Hey, Chat, aber... Chat, aber wie kann ich den Stein schmeißen? Protego! Ach so! Oh mein Gott! Ich sag's schon! Komm, Prinko! Stuhl schon! Stuhl schon! Äh, der Bri macht... Ja? Ach so! Man muss kurz... Okay, hab ich jetzt gecheckt! Prinko! Okay, ist gleich tot! Entzelt hier! Stirb! Warum so ein Pro-Player, Bruder? Junge, anders kennt man Abujulo nicht! Trollpuppel! Fünf Stück! Bam! Verrägt, Prinko! Verrägt! Okay, stark, 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 stark! Schluch ist drauf! Junge, er soll Steine schmeißen! In your face! Trollpuppel kommt ganz gefährlich! Du, ich bin schwer, die aber sterben, Chat! Ich sterbe echt schwer! Ey, warte mal! Ich hab... Ey, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich will den Zauber hier! Die... Die Fingo! Hat das gut Schaden gemacht? In your face! Opfer! Chat, die geben aber richtig viel XP! Shinobi auf normal spiel ich! Okay, stark, die haben wir zerfettet! Sind hier noch welche? Wir können uns das ja sogar merken, den Ort, weil hier sind ja die Trolle dann! Oh, hier ist noch ein Monster! Lass mal das noch fetzen! Der Brie ist schlafen gegangen! Was war das denn? What the fuck? Der Arme! Bisschen Mondstein, auch wichtig! Boah, hier kann man aber gut looten, actually! Und das ist nützlich, Chat! Wirklich nützlich! One Punch! Irgendwann wird der Tag kommen, wo Abu in Elden Ring reinkracht! Wahrscheinlich ja! Boah, was ist das? Hä? Man kann den nur... Achso, doch, man kann schaden! Okay, ist gut! Okay, ist auch gut! Junge, man kriegt richtig viel XP! Salame! Aleikum Salam! Was ist hier? Hauch der Toten! Okay, Chat, doch! Ey, wir machen jetzt endlich die Hauptquests weiter! Scheiß drauf! Reicht hier auch mit dem Looten-System auf süß! Ah, hä, wohin war ich unterwegs? Kannst du mal Karte zeigen? Wo das ist? Muss da auch hin! Achso! Warte kurz! Achso, achso, dieser Kobold-Odd meinst du? Hier, guck! Also, die Trolle waren hier ungefähr! Guck hier in diesen Fluss mäßig! Hier dieser Weg! Neben, äh, Pit-Upon-Fort! Und Eingang zum Sumpf an Nord-Dings-Bunkster! Hallo! Wie bist du? Okay, Anes, Aleikum Salam! Laug, vielen lieben Dank für die Verlängerung deines Aufenthalts auf den... Auf ein? Ja! Çok güzel! Alles richtig gemacht, auf süß! Ähm, okay, wir fliegen jetzt hierhin... Küss dein Herz! Ehrenmann! Laug, ein sympathischer Brieh! Okay, oh, jetzt haben wir auch hier noch einen Speicherpunkt! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war! Cemal, Dankeschön fürs, äh, fürs Dabeisein! Boah, jetzt Hauptquist geht weiter! Hier drüben! Flohrfliegen haben wir gefunden! Komischer Cringe! Wir sind nicht allein! Ja, Mutterlieb! Nein! Rang-Logs Anhänger! Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein! Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist! Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind! Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen! Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um! Los geht's! Das ist nicht gerade ideal! Das stimmt wohl, hier entlang! Und? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen! Wir sollten uns lieber nicht ankündigen! Beeilung! Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificius Totalus wirken! Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, werden stärkere erhebliche... Petrificius Totalus? Hä, was ist das? Chat, was meint er? Habe ich diesen Zauber schon? Was ist Petrificius Totalus? Kommt das automatisch? Wirken Sie aus Ihrem Versteck! Petrificius Totalus! Wie merke ich... Aber wie wirke ich das? Ah! Junge, wie cool ist das denn? Chat, das war echt cool! Das war echt nice! Petrificius Totalus! Das ist ultra OP! Junge, echt krasser Skill! Ey, die Bries merken gar nichts! Schwachköpfe! Junge, wie nice ist das denn? Ey, Bratan, geh mal schlafen! Das ist krank OP! Ey, die müssen das auf jeden Fall patchen, das ist doch unfair! Einfach ein Hit! Echt krass! Boah, die Bries wurden schlafen geschickt! Nee, das ist gewollt! Geisteskreis! Aber bei starken Gegnern machen die nur etwas Schaden! Okay, heftig! Guck jetzt, was ich mit dir mache, du Frecher! Oh nein! Ich muss den Zauber wieder reintun! Ich glaube, ich mache Levioso hier drauf und ich mache auf Dreieckdings die Finjo! Oh! Oh! Okay, okay! Bam! Boom! Junge, was willst du, du Dreckiger? Okay! Junge ich muss sagen Kampfsystem in diesem Spiel kann jeder natürlich seinen eigenen Geschmack haben aber von mir 10 von 10 ich liebe dieses Kampfsystem Chat ich finde das so cool einfach Feiten macht Spaß hier das macht Todesbock das macht wirklich richtig gute Laune okay hieß du noch was ich glaube nicht dass die Kobolde von den Prüfungen wissen aber sie wissen dass dieser Ort besonders ist okay let's go das dürfte der Eingang sein wenn du richtig ist verschlossen wenn du nur richtige Kombos machen würdest Junge Ishak du hast immer was zu meckern ich bin kein Pro aber ich habe überlebt ich habe bis heute überlebt Yalla geh mir aus dem Weg Shinobi ist cool glaub mir es lohnt es ja ein Entriegelungszauber sehr prass Entriegelungszauber es passt jetzt nicht aber wenn sie ihn nicht bald lernen können wir es im Schloss nachholen Abo am 23 Februar kommt Sons of the Forest vielleicht wirst du das auch zocken Abo das ist aber nicht satisfying wenn die Kombos schallern Abo das kommt noch vielleicht im Dings in Zukunft auf Süß Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert ich habe noch keinen Zauber gesehen Willkommen in Senbakars Turm Hallo Professor Sagten sie Senbakars Turm? Ja Professor Bakar ist ein Hüter dem sie noch nicht begegnet sind Es freut mich dass ich mit meiner Vermutung richtig lag dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms dass sie es nicht leicht hatten zu mir zu gelangen Das stimmt Professor vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen Das Kobolde von meinem Gewöllbewussten ist beunruhigend genug Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben könnte die Bedrohung größer sein als gedacht Ein Grund mehr für uns weiterzumachen Unten nahe des Eingangs wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt Wie die die sie schon gesehen haben Befehlen sie ihm eine Tür zu öffnen Mehr kann ich leider nicht sagen Da Professor Fick sie nicht begleiten kann Sehen er und ich sie später in der Kartenkammer Merken sie sich das Bild Wie heißt dein Wir müssen herausfinden woher Runrocks Anhänger von einem Turm wussten der einst einem Hüter gehörte Im Moment müssen sie sich jedoch auf wichtigeres konzentrieren Auf einen Speicher alter Magie Auf einen Speicher alter Magie nicht wahr Ja Sir Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz Seien sie vorsichtig Natürlich Sir Wir sehen uns in der Kartenkammer Chat wegen dem Sponsor den ich hatte Ich bin nicht mehr verpartnert mit denen Kommt vielleicht komisch Scheiß drauf Ihr müsst auch nicht auf die losgehen Oder was weiß ich was Oder das irgendwie komisch auffassen Oder da irgendwie mehr rein interpretieren Als da ist Aber die haben irgendwie die Zusammenarbeit aus dem Nix gekündigt Ja Hey Rinschallah Waren wohl keine Ahnung Irgendwie nicht zufrieden Oder was weiß ich was Ich weiß aber meine Dass halt meine Community Mehr als nur stark ist Und dass wir am Start sind Und dass wir jeden Tag wachsen Also egal was die sagen Das ist so drauf geschissen Was sollen wir machen Chat Wirklich Rinschallah Alles gut Ey wir sind wieder auf freier Vogelmodus unterwegs Besser so Cleanes Bild Cleanes Bild Chat Macht euch keinen Kopf Heute war Prüfungstag Ein Speicher alter Magie Tag der Prüfung In der Nähe des Eingangs Wir sind da Du sagst es Ein Köpfchen Oha 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 Tivill He Dann mach auch Verlinkung weg Ist das Oh mein Gott Ich muss den Panel entfernen Ich bin so dumm Ey wartet mal Chat kurz Bitte Ach du scheiß Bruder gut Dass du mich daran erinnerst Voila Ah meine Maus ist leer Wart mal ganz kurz Chat Find Steps Oder 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 ich mach das wenn ich fertig bin Mit dem Zocken Chat Ich zock erstmal zu Ende Aber dankeschön Teach Fürs Hinweisen Vielen lieben Dank Hä Oh hier Ja es ist so Ferrochidi Steffons wahrscheinlich ja Aber keine Ahnung Oha Junge Was passiert gerade mit dem Bild Seht ihr wie der Bildschirm klappert Hä Muss das so sein Wenn sich eine Tür schließt Öffnen sich hundert andere Einen Eine Dungeon Bruder Boah ich liebe Dungeons Dungeon and Dragons Bald kommt ein Patch Für die PS5 In Bezug auf was Wisst ihr was ich komisch fand Ich fand komisch wie die Dings umgesetzt haben Discord auf Playstation Das war so seltsam Es ist irgendwie nicht mal eine richtige Software Also du musst die Software mit deinem Handy verbinden Und von deinem Handy aus steuern Und so voll kompliziert Keine Ahnung Chronix Natürlich mein Bratan Auch sweet Arda Hey Rinschallah Alles gut man Alles gut Dankeschön aber 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 für Für deine Rückendeckung Mein Brie Deswegen Xbox Ey ich will mich gar nicht in diesen Xbox Playstation Krieg einmischen Ich distanziere mich Beeindruckend Irgendwas muss passiert sein Ich sollte mich umsehen Okay 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 Ey komm mir jetzt Rätsel seinem Vater Es gibt Discord für PS5 Soweit ich weiß Ja Rivelio Oh Kisten Ey es ist so Ach Egenti Damals waren diese Konsolenkriege Ganz schlimm Aber inzwischen Ich hab das Gefühl Das ist Das ist schon so Vom Feeling her eh schon vorbei Ah ich bin so ein Idiot Chat Ey ich weiß Das wird euch jetzt Im Herzen wehtun Aber ich muss manche Sachen Einfach kaputt machen Chat ich muss manche Sachen Einfach kaputt machen Sorry Weil das hilft mir jetzt Nicht weiter Wenn ich nichts an Loot Mitnehmen kann Und so Egal wir sind eh reich Okay die Handschuhe Kann ich anziehen Die hier Boah 200 Gold Ja ja ich mach Ich mach die kleineren Sachen kaputt Das kann man auch Easy zerstören Okay das braucht man auch nicht Auch weg Tokin Aleykumsalam Danke sehr fürs Dabei sein Oh hier die grünen Kann man auch weg machen Ja Geh verkaufen Du hast doch erst gestartet Nein nein alles gut Alles entspannt Oh hier Oh mein Gott Ich dachte ich sterbe jetzt Ich bin Pro Player Macht euch keine Sorgen Duat Aleykumsalam Gleich Intens Und Patchouli ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Diese paar Gegenstände Das Gold können wir ja noch farmen Noch mehr Spuren alter Magie Etwas muss sich verändert haben Ja gleich fight Ah ich muss wieder zurück Tschüss Oh mein Gott Gleich Ach du Scheiße Als ob Oh mein Gott Das hat mir gerade noch gefehlt Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überraschen Joho Intens fettig Schnauze Ihr Versager Wow Wow Yo 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 Tschüss 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 Ach hier Potengo Get him Potego Wow 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 Hä die sind voll easy Fett die sind entspannt Komm Bratant Was macht der NPC Okay ist nichts Aber wirst du noch diese anderen Spiele spielen Wie wie Generell wir werden noch sehr sehr viele Games In Challah im Stream zocken Freunde Ja Kommt mir bekannt vor Okay 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 Oh Ach hier Reven Ach hier Ich glaube Schwierigkeit normal ist zu leicht für dich Das ist schon echt easy ja Aber halt nur manchmal Bro Und dann gibt es so gewisse Situationen Da bin ich auch fast tot Und dann bin ich schon glücklich Dass ich auf normal hab Muss ich zugeben Ich will da die Kiste nehmen Hä wie nimmt man denn die Kiste Ach hier Scheiß drauf I guess Muss das Ding aktivieren Ach hier meinst du Okay Hatte ich das letzte Mal Achio benutzt? Öffnet sich dieser Weg dann Erst musst du durch Was eine kranke Quali Anders Schia Richtig schönes Spiel Wirklich Ach Freunde Ihr könnt by the way Beim zugucken Drops für das Game sammeln Also Falls ihr das Spiel besitzt Vergesst aber nicht Euer Euer Twitch Konto Mit Warner Bros Zu verlinken Also mit eurem Spiele Konto Zu verlinken Und dann Könnt ihr euch Items freischalten Hä Achio Jetzt zieh die Ja zieh die Kiste zu dir Welche Kiste? Ah oh mein Gott Okay okay stimmt Jetzt geht's Jetzt geht's Achio Auf Foul Was hat die Magie bewirkt? Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen Ähm Smix Aleykumsalam Worum handelt das Game also? Worüber handelt sich die Story? Bro es handelt sich darum Dass Abu Jullo Der beste Zauberer der Welt ist Und auf dem Weg Stellen sich gefährliche Halunken Ähm Ihm Und wir besiegen sie Weil wir Overpowered Main Character sind Weißt du was ich meine? So ein Ding ist das Abu zurück Du gehst zurück Aber er meinte doch alles Stuck hier Hä? Welche Schule hast du gewählt? Ravenclaw Jetzt wieder Achso Tod ist confusing Der Raum verändert sich Wenn ich durch den Torbogen trete Interessant Habe ich sie jetzt von neu aktiviert? Chat oder Verstehe ich nicht Ja gell Ah ok Ich check jetzt was ihr meint Hier gell Oder? Stimmt's Joa I guess Okay Tom Dankeschön Token Danke Gajin Wow Ganz ruhig Danke Gajin Danke Gajin Danke Gajin Hier 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 BAM Man ey Da soll einfach sterben Gut Dann Hey Token Hast du das Spiel schon durchgespielt? Wir kommen hier nicht geschenkt Und Gajin Du auch? Das interessiert mich Unter anderem Ok Ok Ich bin drauf Ah Aber da kann ich doch auch so hoch gehen I guess Oder? Ich schätze ich suche nach Spuren alter Magie Nein bin Level 27 oder so Achso Die Spuren sind hier irgendwo Nualisch Musst du wissen mein Bratan Ich wäre auf jeden Fall dankbar Wenden Ah Ok Stark Stark Nein Ich bin bei der vierten Prüfung Oha heftig Weiß Level Bist du Gajin? Ok Wie Wie kriege ich das jetzt hier rüber? Hä? Ich verstehe nicht Hallo Ich liebe sie Yoshino Milos Dankeschön für dein Prime Sub Ich küsse deine Seele mein Brie Vielen lieben Dank Junge Er gönnt Geh mal durch das Portal Ah Oh mein Gott Junge Losterino Ok 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 Ah Jetzt wird mir alles klar Klor wie Klos Nur Das ist schon echt verwirrend Ey Ich will mir Ich will mir sowas alleine gar nicht vorstellen Chat Alleine wäre das echt anstrengend Wala das Level Nein Ich musste das hinten stehen lassen aber Och Ich bin so dämlich Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogen? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen Oder nein Oder nein Ich verstehe nicht Aber wie soll ich da dann rauf? Wartet wartet Ey ich probier noch einmal was Yo! Was Was war seine Mission? Ich muss überprüfen wie sich der Raum verändert wenn ich durch den Torbogen trete Ach hier Hä wie bin ich denn da nach vorne gegangen Chat? Achso oh mein Gott stimmt Junge ich bin so lost Ach ich bin so lost Ich hab diese Mission verflucht aber wenn man es einmal checkt dann geht das Mal gucken ob ich es jetzt gecheckt habe Ich hab's gecheckt I guess Ich hab's gecheckt I guess Ich hab's gecheckt I guess Oh zum Glück Ist das der richtige Zwischenstopp? Das frage ich mich jetzt Jetzt wieder durchs Tor Aber wie komm ich dann hier hoch? Hä? Egal ich probier mal Oh Ich verstehe Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen Aber wie komm ich da denn rauf jetzt? Ah Oder doch ich check's glaube ich warte kurz Jetzt ja 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 auf die Brücke True Oh mein Gott Geht doch Ach zum Glück Junge Ishak mit der Macht der Freundschaft haben wir es geschafft Ach du Scheiße Gajil Dankeschön Danke auch dass ihr mir generell immer so Tipps gebt und so Daran werde ich mich nie gewöhnen Nicht Oh goldner Gegenstand Voll easy Bro ich sag dir ehrlich wenn ich Wenn ich alleine gespielt hätte wäre es um einiges komplizierter Aber mit eurer Hilfe geht's Oh Yo Yo Ab hier Geht hin Geht hin Geht hin Junge mach doch irgendwas was ich blocken kann damit ich Fluch aufwünsche Geht hin Geht hin Man kann die Hitze nicht blocken das ist das nervige Man kann die Hitze nicht blocken das ist das nervige Geht hin Oh nein Wow Oh Ich kann's z practiced immer Okay, jetzt nehmen wir einen Block, zum Glück. Boah, ich liebe das. Komm, Jungs, mach keine Faxen jetzt. Ich hab die Faxen dicke. Okay, ist tot. Nice, nice, nice. Koko Loko, danke schon für die Motivation. We did it. With the almighty power of friendship. Bro, drück rechten Stick rein, dann machst du Fokus auf einen. Ich weiß, ich weiß, aber das Ding ist manchmal, ich mag das unfokussiert. Boah, weil es fokussiert irgendwie dem Falschen im Auto. Fokussiert gar nicht, wenn ich das drücke. Vishi, sowas nicht im Chat schreiben. Ich küss dein Herz, mein Bratan. Immer, immer stabil und respektvoll bleiben. Okay, weiter geht's. Die nächste Prüfung, Chat. Ach, hier. Hier. Musti Frizi, alaikum salam, mein Bratan. Ach, Mann, du. Diese Kacke, Mann. Ah! Ey, das war wirklich Bluff. Ach, hier. Sehr stabil. Das war der größte Bot-Move-Fairy. Hä? Hä? Sorry, Chat, ich... Ey, mein Gehirn. Wenn du in der Höhe vom Portal bist, hör auf zu ziehen. Ach, hier. Wie in der Höhe vom Portal? Ich verstehe nicht, Bro. Ich check nicht. Zieh das immer so nah ran, wie du kannst. Aber wie soll ich durch dieses Teil da gehen, Chat? Ich verstehe... Ah! Oh mein Gott! Junge, ich check's erst jetzt. Wallah. Bitte, Bruder, geh doch... Na, geh doch hoch! Chat, was tut er? Okay, zum Glück. Hä? Hä, aber... Ach, hier. War das falsch? Ja. Also jetzt wieder hier hin. Okay, jetzt wieder hier hin. Und was dann? Geh zurück. Hä? Ach, hier! Ich verstehe diese Drecksmission nicht, Bruder. Du musst durch das Portal... Von Plattform zu Plattform springen. Ach, hier. Das geht aber nicht. Ah! Oh mein Gott! Ja, okay, Mann. Junge, Wallah, zum Glück. Ah! 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 Junge, E-Bug. Bruder, das hat mich fast gebrochen. Wallah, das hat mich fast gebrochen. Danke, Chat. Vielen lieben Dank. Bruder, das hat mich fast gebrochen. Oh! Rebellion! Katastrophe! Sei froh über... Äh, sei froh über den Chat-Abo. Ja, ich bin echt froh. Mega-Power-Trunk! Fünf Stück! Das gefällt mir gar nicht. Junge, wie viele? Ach, hier. Komm, Fink! Wow! Okay, nein. Ah, scheiß'n Dreck! Wow! Okay, stirb, stirb! Ach, hier. Wow! Stirb! Okay, schnell weg hier. Okay, okay, ich sammel jetzt. Ich sammel jetzt. Okay, danke schön. Jure, wie geil ist das Kampfsystem, bitte! Stirb! Wow! Junge! Wow! Ach, du Scheiße, Mann! Oh mein Gott, wie cool ist das? Ach, du Scheiße, Chat! Voila, das Tor ist nice. Oh mein Gott, was ist mit ihm? Junge, der Bruder ist sauer Er hat den Knie-Dama gemacht Ach du Scheiße, Junge, wie blockt man das? Junge, wann kann ich wieder meine Ulti machen? Bitte, Bruder Schildgurt Ey, wie blockt man das? Ah, Feder machen Oh mein Gott, okay Dankeschön, Dankeschön Ich mach, ich mach Gips hin Gips hin wegen Gelb In dein Gesicht Sparekt Oh, Junge Ich will einmal die Genkidama blocken Komm Bruder, mach jetzt Mit die Genkidama Er hat den Bulldown Die richtigen Versagerung Chet, der spielt mit uns da mitteln Yo Go Schildger Junge, wie geil war das, Chat? Bruder. Na, endlich. Das war wirklich krass, Chat. Das war wirklich krass. Ey, warum seid ihr alle so gut? Oha, Chilpachuli, ich küsste dein Herz. Das war Intense Battle, sein Vater. Oh mein Gott, Junge. Aber zu sehr gefühlt. Das war krank, nice. Hier noch die Kiste. Hä, ich hasse dieses Inventar. Ich schwör's euch. Was ist das? Bluff. Wirklich bluff. Hier. Okay, zerstören. Grün ist Emil. Das auch. Ey, wir müssen auf jeden Fall noch Ausrüstung verzaubern, Chat. Rauch weg. Okay, und jetzt weiter geht's. Aha. Aha. Granatabfeli, ja. Mel, das Ding ist, League of Legends ist sehr schwer zu verstehen und halt kein Storygame so an und für sich. Das kommt erst später. Okay, okay, der war. Doch. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist... War sie auch so wie wir, oder was? Ja, Gadget? Ja, ja, Abu. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jada, pass auf dich auf. Gute Nacht. Junge, voll episch, gerade als ob man einen Film guckt. Hallo? Ich liebe sie. What the fuck? Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgennark. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Äh, Dings. Cobra, Fazio, Dankeschön für deinen Prime-Sub und somit willkommen auch in der Oma. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl in der Community. Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Das war schon episch grad. Das war wirklich episch. Hm. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Raus! Ich will hier raus! Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur K... Lösch meine Nummer, meine Videos zum Pix. Du vergisst mich, ich vergiss dich. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fick. Professor Fick! Professor Fick! Zur Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor. Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen. Mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen Sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Chad, wir reden einfach mit Bildern. Ist euch das bewusst? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fick sind nicht nur vor Sandbarkhams Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn... Halt, Professor! Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hm, hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut. Sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Let's go. Äh, bevor Sie gehen. Junge, der Boden sieht echt krass aus. What the fuck. Ist das Hogwarts? Das ist unsere Map, gell? Kranker Scheiß. Ehrlich heftig gemacht. Guck mal, das sind also... Chat, sind das die Vorfahren dessen, die auch diese Fähigkeit hatten wie ich? Also der Brie hatte sie, der hatte sie auch, richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, 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 ja. Also werde ich auch irgendwann mal eins dieser Bilder sein, die hier Leute voll labert? Nein. Hä, wer ist das denn dann? Das sind Hüter von der Magie, nicht Vorfahren. Ach so, Hüter der Magie. What the fuck. Rohat, alaikum salam, mein Bruderherz. Willkommen im Stream. Okay, let's go. Interagieren. Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Nur Rake, Herr Martin, Sie... Und das habe ich meist... Können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern? Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Der will be, Dankeschön für deinen verschenkten Zap an Rohat, mein Bruderherz. Wala, ich bin so ein heimlicher Zuschauer immer. Ich weiß doch, Rohat. Dankeschön, mein Bruderherz. Wirklich, ich weiß. Ehrenmann. Ich las, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ey, heute Chat war wirklich generell Community, 10 von 10 Freunde, muss ich wirklich zugeben. Heute auch sehr, sehr viele süße, liebe Nachrichten erhalten. Dankeschön. I'm Guy Delarue, alaikum salam. Ich sollte Sirona in den drei Besen nach dem Kobold fragen, mit dem sie am Tag des Trollangriffs gesprochen hat. Wie viele Quests? Sirona, Dankeschön für dein Watchtime von 18 Tagen. Das ist ja Dings, Frauenumkleide, gell, Chat? Deswegen lassen die mich da nicht durch. Oder ist das was anderes? Das frage ich mich gerade. Das ist das, was mich jetzt interessiert. Chat, hört auf, so cringe zu sein jetzt, Mann. Was ist das denn für ein Scheiß? Ihr Dreckigen. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Ich bin hier. Junge, tut so, als ob zum ersten Mal irgendwer hier reinkommt. Ist Wallah. Okay, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir auf die Map. Sammle Trollpopel. Unterrichtsstunde. Hä, wieso habe ich so viele Hauptquests? Sprich mit Sirona in den drei Besen. Ich mache das, das klingt gechillt, Freunde. Oha! Kaufe eine Besenverbesserung. Darauf habe ich auch Bock. Als wäre ich Obama. Es ist so brav. Ey, Mann. Okay, so. Hier jetzt, Chat. Ist das die Besenverbesserung? Ja. Okay, tamam. Let's go. Abo, wann ungefähr willst du Phasmophobia spielen? Sag mal bitte Malik. Er soll einfach kommen, wenn er Bock hat, Chat. Also, ich bin jetzt schon ready. Er soll einfach sagen, wann er ready ist. Einfach in den Chat schreiben und dann komme ich. Ich muss ja eh nur abspeichern. Ah, hier. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß, Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Besenverbesserung? Und was passiert dann? Eine Besenverbesserung für mehr Beschleunigkeit und... Beschleunigung und Geschwindigkeit. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Junge, der Typ ist so emotionslos. Ich dachte, wir sind beste Freunde. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei I&L gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach... Ich will aber mich nicht voll. Auf jeden Fall. Roat schreibt, hab die Thematik mitbekommen, by the way. Heute, Wallah. Du hast sehr vorbildlich gehandelt. Vielen lieben Dank, Bruder. Guck mal, Bro. Egal, egal, um welche Gespräche es geht. Wirklich, ich bin der Letzte, der sich mit irgendwem streiten will, beefen oder was weiß ich was. Die Leute müssen einfach verstehen, wenn ich gesellschaftlich, islamisch gesehen irgendwo etwas empfinde, das Fitna stiftet oder sich so nicht gehört, dann spreche ich das an, Bro. Und da lasse ich mir auch nicht irgendwie meinen Mund verbieten oder so. Das war nichts Persönliches gegen ihn. Wallah, es tut mir sehr, sehr leid, dass er das persönlich genommen hat, aber was soll man machen? Mach dir keinen Kopf darum, wenn du komische Nachrichten bekommst. Das ist auch das Heftige. Ich muss zugeben, wirklich, Chat heute war 10 von 10. Das ist einfach so. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass wir das geschaffen haben und so viele zu mir stehen. Auch du zum Beispiel. Ich danke dir von ganzem Herzen, wirklich, Bro. Das werde ich dir nicht vergessen. Ehre, Ehre, Ehre. Ich küsse deinen Kopf. Ich versuche zu helfen, Mr. Weeks. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Junge, Sonnen, wieso rastest du so aus? Meldet dich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. 600 Abzuschauer, Maschallah. Ja, Alhamdulillah, danke sehr. Okay, dann auf zum Wettflip. Ja, das ist das, Claudi. Das ist echt schade. Abo, gründe eine eigene Partei. Okay, let's go. Abo, spielen wir in 15 Minuten. Malik, egal wann, schreib einfach in den Chat und ich komme. Ich muss nur speichern. Ich kann immer speichern. Junge, diese Katzen machen ernst komische Geräusche. Gib der Katze Wasser. Ey, hör die Geräusche. Junge, wer hat das eingedings? Wer hat das aufgenommen, Chat? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Huxmicht? Klingt so kacka. Okay, was wollte der Brie jetzt von mir? Aufträge? Hat mir ja noch eine neue Mission gegeben, oder? Die Konkurrenz wegfegen. Sprich mit Emelda Reyes. Hä, wo ist er denn? Wo ist sie denn? Dankeschön, Samir. Danke sehr, mein Brie. Hä, wo ist das denn? Ich bin hier. Hä? Kann das mir nicht das auf der Karte anzeigen? Elbi hat erwähnt, dass Emelda südlich von Hogwarts zu finden ist. Südlich von Hogwarts. Also hier einfach hin erstmal, gell? Was ist denn Süden? Ich geh einfach hier hin. Scheiß drauf. Ich geh einfach hier hin und dann gucken wir. Gewaltkarte ganz unten. Was? Als ob? Die ist da tief versteckt? Süden ist unten. So. Sorry. Junge. Mann, was ist das? Chat hört auf mit dem Scheiß jetzt. Ah. Ihr Roboter. Ah. Junge, ich hab hier ja voll nah schon gespeichert. Nice. Bayro, alaikum salam. Danke sehr fürs Einschalten, mein Brie. Ehre. Hm. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Okay, jetzt Besen. Mystery. Kommen sie zu mir. Auf sie mit Gebrüll. Okay, jetzt hier. Boah, ey. Merkt ihr, dass Besen schneller fliegt? Ich merke keinen wirklichen Unterschied, muss ich zugeben, Chat. Aber ich glaube, das wird langsam immer schneller und immer schneller. Ah, die Gülagün. Eine Luxusoase aus Wasser und Sand. Okay, mit dem Kuss hast du noch keinen... Doch, doch. Ich hab grad gemacht, Token. Ich hab das erste gekauft. Tüte auf, ja. Konrad abfüllen, ja. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist Dravenklazer. Oh Wunder. Hä? Boah, nein. Jetzt zum Abschluss diese Scheiß-Quest, Chat. Ich glaub, die wird sehr schwer. Hallo, Emelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Oh, ich... Ey, die nervt mich. Wieso, Chat, wieso so oft in Spielen sind weibliche Personen als Zicken gedinkst? Ey, dagegen müsst ihr ankämpfen. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Philipp, aleykumsalam, das ist eine Zicke, Mann. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Wer sagt Stümper, Bruder? Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja, komm. Komm. Ich bin bereit. Endlich. Aber dieses Rennen habe ich... Eine Herausforderung. ...knacks bekommen wegen Rekord. Was? Nein, bitte nicht. Hört auf, Jungs. Nein. Nein. Langsam habe ich's raus. Fabelhaft. Brr! Ah! Daneben. Du Bot! Ey, diese Steuerung, yo, wirklich. Wo bin ich? Chat, das ist so schwer. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Wenn ich das jetzt First Try schaffe, ich fühle mich unnormal. Wallah, ich fühle mich anders. Aber ich glaube, weht nix. So ein Mist. Das ist schwer. Hm. Gar nicht mal so wie... Komm, Bruder, komm. Komm, Bruder, auf sie mit Gebrühen. Wir schaffen das. Ich bin der beste Zauberer der Welt. Mann. Langsam habe ich's raus. Keine Strafsekunden. Ey, es ist knapp. Es ist knapp. Das wird mir schon viel besser. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das ist nicht übel. Wer hat hier alles geschrieben im Chat? Ist es zu schwer? Wer hat alles geschrieben, hat Knacks bekommen? Wer? Junge, ey. Ihr könnt jetzt nicht labern. Ihr könnt jetzt nie labern. Guck, es gibt irgendwas, was ich gut kann, Chat. Irgendwas gibt's da. Problem, aber mal kein Profi. Dankeschön, Mariam. Danke, Mustifreezy. Ey, Mustifreezy hat gar nichts Nettes geschrieben. Es ist ein Halbblutprinz auf Süßkraudi. Du weißt. Junge, guck jetzt. Ey, Chat, wir machen sie jetzt fertig. Guck gleich. Ich werde die dümmsten Sprüche klopfen. Du Stümpel, sage ich jetzt zu ihr. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf. Du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Baba Blocksberg, Glühwe. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Wer war von deinem Talenten? Junge, ich wollte ihr dumme Sprüche klopfen, Chat. Sie lässt gar nicht. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Geh mal wieder auf Podest und krieg mal Platz 1. Um nochmal zu ziehen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Hab das zweite 2 Millisekunden unter Platz 1. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Wo ist denn Podest, Bruder? Noch ein erfolgreicher Fluch. Ah. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Krass. Du hast hier Dings? Das hier? Platz 1. Hab das 2 Millisekunden unter. Das ist schon echt stark. Walla, das ist stark. Mein Rekord war 1,57. Heftig. Das ist echt gut. GG. Welches Level bist du? Ich guck gleich. Warte, ich glaub 18 oder 19. So irgendwas. 19 bin ich. Level 19. Hab 1,55. Aber das tut schon echt weh, gell? Aber das hast du dann aufgegeben. Auf süß. Okay, let's go. Kehre zu LB Weeks zurück. Ah, wir können ja teleportieren. Aber ich muss landen, glaube ich. Ihr nervt mich. Na, Pachuli ist komplett gebrochen. Das ist echt traurig. Das ist echt sad. Was ist hier? Was gibt's hier für? Ah, die Quest können wir noch mitnehmen, oder? Chat? Bock das Game? Ja, safe. Boah, Ishak. Guter Konter. Ich hab jede Blase getroffen, Bruder. Auf Pro angelehnt. Oh, ich lebe ein gutes Rätsel. Was ist das für ein Hipster? Eine Hipster-Oma. Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Mafia Trudel freut mich sehr. Sie labert uns jetzt voll. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Trudel. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handele sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ich liebe ein gutes Rätsel. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie, ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen. Ey, Kitsch, es ist richtig nervig. Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Dir stelle ich bestimmt keine Fragen. Ich werde einen Blick darauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels gedenken. Ragnu, Dankeschön für deinen Support, mein Bries. Freut mich auch, dass du Teil unserer Community bist, Mann. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Madame Twiddle? Madame Twiddle ist aber ein lustiger Name, gell, Chad? Ja. Madame Twiddle. Okay, jetzt Aufträge. Die eine Quest muss ich doch abgeben. Finde Madame Twiddles mysteriöse Statue. Hä, wo ist die denn? Ah, hier. Komm, wir finden die Statue hier. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Wir haben doch keine Angst, Chad. Wir machen das. Maske weg. Junge, lasst meine Maske in Ruhe. Was wollt ihr? Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Chad, sagt doch was dagegen, bitte. Rebellion. Warum sind hier nur so viele Vasen? 20 Stück. Ja, Allah. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Junge, ihr seid so gemein. Ich finde die fresh. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Ja, es sind nur ein paar. Ein paar Stück. Rebellion. Ah, hier ist noch eine. Boah, ich liebe die Hintergrundmusik auch in dem Spiel, Chad. Die ist echt gut. So, alles halt immer passend atmosphärisch, findet ihr nicht? Rebellion. Rebellion. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Rebellion. Ah, hier. Das war voll entspannt für den Pro-Player. Wie geht es dir heute, Brat? Mir geht es gut, Alhamdulillah. War so ein bisschen... Komische Dinge sind passiert. Aber ansonsten, hey, inshallah. Mir geht es gut. Und, und, Community war sehr stark am Start heute, Freunde. Auf euch ist Verlass. Auf euch ist Verlass, Ehrenmenschen. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Madame Twiddle, Brudy. Was hat er jetzt gemacht? Kampf Arena der Südkünste? Hä, was passiert jetzt, Chad? Michael, danke sehr, mein Gott. Oha. Ey, da... Darauf war ich jetzt gar nicht gewappnet. Chad, aber wir machen das. Oha, Junge. Der fließt, thank you. Yo. Das war so dumm. Ich wusste nicht, dass es unblockierbar ist. In deinem Face. Okay, der Erste ist tot. Aber da kommen noch mehrere Wellen, oder, Chad? Nein, ich habe gar keinen Bock auf die Wellen. Auf den Schreck mache ich mir ein Cappuccino. Ah, vier... Oh, 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 oh. Kannst du nicht? Jetzt schick doch. Die Wölfe sind aber easy zum Glück. Ja, okay, Botwölfe. Ehrlich, Botwölfe. Kierp. Kierp. I'm fine. I'm fine. Okay, das war chillig. Das war chillig. Ich glaube, die Welle wird jetzt schlimm. Du bist zum Stern hier, was? Rein, Loth, lass uns zum Segen führen. Komm, Trink. Geh hin, du. Wow. Wow. Ah. Komm, Trink. Okay, der muss tot umfallen. In deinem Face. Okay, so. Wow, das ist so angespannt gerade. Shit, das tut es intens. Ganz. So. So. Oh. Okay, Trink. Wow. Ah. Idiose. Komm, Trink. Komm, Trink. Brüder, meine Zauber brauchen so lange zum Aufladen. Okay, nice, nice. Nice. Sehr gut. Komm, Trink. Geh hin. Oh. Ach hier. Wow. Komm, Trink. Okay, go. Wow. Abo, der High-Barm-Bändiger. Brüder, wir klären das mit Schellen hier. Okay, der ist auch tot. Sehr nice, sehr nice. Kommt da noch eine Welle? Nein, bitte nie. Ey, wie viele Waller, Chad. Ah. Gut. Ah. Woh. Wow. Right aufzip, ja. Ah. Kuntlingel! Ah! Kuntlingel! Kuntlingel! Woah! W Nach... OK. eine Starke Spinne Aach! Junge, du dreckiger Opfer, du. Boah, du scheiße, Chad. Was passiert hier gerade? Okay, den noch und dann sind wir fertig. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Bitte, Chad, das ist das Finale. Ah! Ah! In your face. Okay, Flugzaubar ist drauf. Oh, Junge. Wow! Ah! Ach, du scheiße, Mann. Ey, wann guckt mein Finisher-Zauber? Bin ich tot? Okay, ich lebe dann. Oh nein, ein Hint, ich bin tot, Chad. Ein Hint, ich bin tot. Bitte stirb, bitte stirb. Nein, er stirbt nicht, Chad. Nein! So gut gespielt, aber for real. Dankeschön, zu hektisch am Ende gewesen, ja. Was ist mit dir passiert? Zwei Wochen weg und so gut. Ich küsse auch eure Herzen. Danke, Chad. Ey, wir machen aber nochmal, Chad. Wir machen aber nochmal. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen, bitte. Bitte, vertraut mir. Ich schaffe das, Chad. Vertraut in das Herz der Karten. Ey, jetzt weiß ich, was auf und zu kommt. Ich schaffe das. Ach nein, ich wusste nicht, dass er die... Bruder, ich bin fast tot. Was zur Hölle, Mann? Chill doch. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich es schaffe, Chad. Ich bin... Ich habe mein Selbstbewusstsein verloren. Ich habe mein Selbstbewusstsein verloren. Oh, Junge, das ist doch unfair, die Scheiße, Bruder. Chill doch mal. Ich bin... Ach, Mann. Boah, ich habe irgendwie mein Selbstbewusstsein verloren. Ich habe irgendwie mein Selbstbewusstsein verloren. Das war echt knapp. Boah, Welle 2 wird mich zerfetzen jetzt. Boah, was ist mit dem Bratant? Das chillt doch los. Ey, die sind so nervig. Ja, wirklich, ich bin klar. Potato, Stu, komm. Komm, bring, du. Ach, hier. Legen wir uns. Mann, du... Sagt er Potato? Nein, what the fuck? Er sagt Döner-Kebab. Hörst du das nicht? Komm, bring. Du, komm. Hä, wieso hittet es wie nicht? Gute Musik. Gute Musik. Ich bin davon aus. Ahora, komm, ich bin. Es gehtinho. Das nervt doch jungs. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schwerer geworden. Ey, das ist so nervig gerade. Oh mein Gott. Ach hier. Ach, Mann ey, Palla. Ey, ich schweißt euch, ich habe irgendwie Angst gleich vor diesem Drollchat. Okay, tot. Okay, 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 Welle abgeschlossen. Wow, okay, Welle, 4-Jet, int. Gott, fink, 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 fink. Wow. Junge, ihr dreckigen, lass mich doch bewegen. Chad, balla, das geht doch nicht. Bitte, ich will nicht sterben, bitte chill. Nein. Nein. Oh, shit, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Oh. Ja, herr ab. Ey, jetzt hilft nur noch ein Wunder, Chad. Junge, was ist das? Das kann man doch gar nicht ausweichen, Chad. Das ist doch Bluff. Alla, ich habe Angst, Chad. In your face. In your face. In your face. Wow. Bitte stirb einfach. Bitte, Bruder, bitte. Ey, mach nicht der Miesen. In your face. Warte, ich habe, ich habe eine Idee, Chad. Ich habe eine Idee. Guck mal, diese Zauber alle, die wirken doch eh nicht gegen den, gell? Und ich habe ja unterschiedliche Zauber, die ihn attackieren können, Chad. Ich mache die jetzt rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Bitte, bitte. Warte, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ein stinkender Koloss weniger. Was, da kommt noch eine Wave? Okay, vergesse Blutlauf. Jungs, Schild. Schild, Jungs, was habe ich gemacht? Junge, was passiert hier? Ich dachte, es ist zu Ende. Ich dachte, es ist zu Ende. Nein, das schafft man nicht. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Nee, das schaffe ich nicht. Ey, die Wave schaffe ich nicht mehr. Egal, trotzdem, die vierte Wave haben wir geschafft. Junge, aber das ist noch zu schwer. Voll übertrieben. Ich schwör's dir. Ey, Junge. Ich dachte, wir haben es geschafft. Mann, so ein Scheiß. Hey, Mann, du. Kehre zu Altea Twiddle zurück. Okay, tamam. Ja, ich hatte halt keine Tränke mehr. Das war der Scheiß. Ich sag doch, ich bin ready. Okay, tamam, tamam. Mysteriös und beunruhigend. Ey, Danny, kannst du ihm vielleicht sagen, ob er Dings Voice Chat Discord kommen kann bei uns? Auf süß. Kannst du ihm das vielleicht Bescheid geben? Kannst du ihm das vielleicht Bescheid geben? In diesen Live-Raum von uns? Ich komm da gleich. Ich geb nur die Quest ab. Madame Twiddle, ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Eigentlich in der... Oh, meine Neugier. Komm, Chat. Wir haben einmal den Respektlosen gemacht. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Boah, fast Level 20. Sagt ehrlich, Pro-Player-Tauberer ist am Stizzle. Pro-Player-Tauberer ist am Stizzle. Okay, Chat, wir speichern jetzt ab. Und es war wieder mal eine sehr, sehr nice Session. Wir hatten gefühlt durchgehend fast 600 Zuschauer oder mehr als 600 Zuschauer manchmal. Crazy, crazy, crazy. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der hier dabei war. Ey, so eine gute Reaktionszeit. Dankeschön, Brie. Oh, hi, Junge. S80 gibt Props.